Okay. So, ich würde mal vermuten, hier geht es weiter. Ja, richtig vermutet. Was liegt denn hier? Ist das irgendwas? Nee. Hm. Rote Lampen. Nicht gut. Da hinten sagt uns wieder, was ließ mich. Ah, ha. Außer Das ist ein sehr schwieriger, aber wir müssen es ermöglichen, wir müssen es ermöglichen. Okay, gut. Da ist einer mit grünen Fußspuren langgelaufen. Gehen wir noch einfach mal hinterher. Tja, ja, immer diese Drogen. Ach, meine Güte. Wie war das denn jetzt? Ach, richtig. Genau, genau. Wir müssen dieses ausschalten. Das machen wir auf gute alte modische Manier. Einfach einen Stock reinschmeißen. Wie jetzt? Ja, bitte. Geh doch. Das haben wir auch gleich machen können. Und immer noch grüne Fußspuren. Wir gehen mal einfach hinterher. Ich muss einen Weg finden, um das aufzuhören. Ja, stimmt. Ach, war da nicht da unten, Agurus? Moment. Das haben wir gleich. Irgendwo war doch hier was. Hm, doch nicht. Vielleicht sollten wir mal mit Taschenlampe laufen. Naja, sag ich doch. Das geht mal mit Taschenlampe. Interessant, hier fehlt irgendwie der Hinweis, dass man das anklicken kann. Aber gut. Und weiter geht's, den grünen... Uah, nein! Was war das denn? Hat's mir jetzt irgendwo den Weg versperrt, vermutlich. Hm, jupp, war ja irgendwie klar, oder? Gut, dann gehen wir eben durch diese holle Gasse hier. Ah, ja. Das sieht doch vielversprechend aus. Moment mal, sind wir jetzt von hier? Nee. Quatsch. Dann gehen wir mal da drüben weiter. Ja. Ah, ja. Okay. Sie haben versucht, diese Dinge zu schnauern. Ich hoffe, dass sie nicht radioaktiv sind. ... ... ... Okay, ähm... Wir wollen jetzt da rüber, vermute ich mal. Juppie! Naja, gut. Gravity Kills, das ist wohl wahr. Moment, an welcher Hälfte sind wir denn jetzt hier? Jetzt renne ich wieder in die falsche Richtung. War klar. Okay, da sind wir wieder an dem Steinchen. Gut, diesmal können wir da nix anklickern. Und jetzt geht's weiter. So, jetzt versuchen wir uns mal nicht von der Gravitation killen zu lassen. Ah! Hey! Nichts zu fassen. Los, wir rennen mal ein bisschen schneller hier. Na bitte, geh doch. Aber wie komme ich jetzt da rüber? Kann ich mich hier rüber? Ach, hier ist ja frei. Gut, soviel dazu. Ich hab irgendwie das Gefühl, das Spiel ist dunkler als neulich. Vielleicht hab ich auch bloß irgendwelche Einstellungen verändert. Und der nächste Checkpoint. Zum Glück, Tageslicht. Ja, okay. Das ist das. Das ist ja sehr interessant. Abgrund, okay. Ja, stimmt. Das sehe ich genauso. Da will ich, glaube ich, auch jetzt überhaupt gar nicht rüber springen. Sondern wir springen hier rüber. Wir gehen hier weiter. Genau. Hups, wir sind da. Okay. Mein russisches ist offen gestanden, ein bisschen eingerostet. Aber es scheint Überlebende zu geben. Ich würde sagen, du bist nicht alleine. Ich würde sagen, du bist nicht alleine. Ich denke, du bist nicht alleine. Ähm... Also wenn man so viel Kram mal lesen muss, finde ich das persönlich nicht so toll. Das bringt einen dann so ein bisschen aus dem Spiel für uns. Deswegen lassen wir das jetzt einfach mal. Und lassen Sie ihn da weiter schätzen. Gut, wir gehen einfach mal weiter. Und schauen mal, ob wir die Frau, die uns da eben irgendwas Nettes oder weniger Nettes auf Russisch zugerufen hat, ob wir sie finden. Da ist sie ja. Aber was will die da oben? Pass bloß auf, ich komme dir hinterher, aber ich weiß gar nicht wie. Ups, was ist das denn? Gut, also hier raufklettern kann man nicht. Da bin ich ziemlich sicher, das war irgendwo anders. Wir müssen, glaube ich, hier hinten weiter durch. Und dann konnten wir da irgendwo drauf springen. Nachdem wir diverse andere Hüpfer gemacht haben, so wie jetzt zum Beispiel, ganz toll. Also ich wäre nicht böse, wenn ich nicht hüpfen muss. Und das hier laufen irgendwelche Steinchen irgendwo rumpeln, finde ich auch nicht so toll. Und hüpfen. Jawohl. Na bitte. So, hier haben wir rote Minerale. Almandien oder Pyrop-Granate, was auch immer. Hm. Fantastisch. Gut. Dann weiter. Okay, ich sehe schon, hier müssen wir wieder hüpfen. Und dann hüpfen wir. Dann hüpfen wir. Geschafft! Geschafft. Ups. Autsch. Ach, da marschiert sie ja. Spazierter Seelen ruhig auf dem Hochspannungsmast lang, während hier wir wie die Vollidioten hinterherlaufen. Aber gut. Was macht man nicht alles? Hier geht's noch weiter. Aua. Hm, wo wollen wir denn jetzt hin? Ich befürchte hier lang. Oder? Ah, ich glaube wir müssen da oben rauf. Irgendwie. Machen wir doch. Einfach hinterher. Ah ja, genau. Hier können wir unseren Sauerstoff auffüllen. Erweiterter Schub. Aha, alles klar. Das heißt, wir können jetzt besser fliegen. Größere Dispanzen. Distanzen. Ähm. Okay. Okay. Gut. Also. Fangen wir mal an. So. Und ich bin gerade nicht sicher, aber ich glaube wir müssen da rüber. gut. Aber ich guck lieber erstmal mal hier nach. Tja, sag ich doch. Ah, vielleicht nicht schlecht. Guck mal an. 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 Okay. So, und wir wollen jetzt, Na ja, wollen kann man nicht sagen. Wir müssen jetzt da rüber. Ach, das packen wir los. Geht doch. Wir müssen jetzt hier weiter. Ups, kommen wir hier jetzt überhaupt hoch? Jupp, kommen wir. Ach du meine Güte, da wollen wir nicht drüber, sondern hier. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Ah, nein. Na, wo fangen wir jetzt an hier? Okay. Zum Glück. So, und wohin springen wir jetzt? Das, glaube ich, ist ein bisschen zu kurz. Ich glaube, wir springen da am besten genau in die Mitte. Yes. Perfekt. Okay, das war jetzt nicht so gut. Gut. Ich maltrittier hier die Space-Taste. Aber wir schaffen's. Wir packen das. erst mal. Wie ist das? Wir gehen.